Follower durch Hashtags, nie hast du einfacher Follower auf Instagram generiert, das erfährst du gleich in meinem neuen Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, mein Name ist Nick und hier dreht sich alles rund ums Thema Social Media Marketing, Mindset und Business Building. In diesem Video geht es um Hashtags und wie du Hashtags richtig nutzt auf der Plattform Instagram. Hashtags ist im Prinzip die raute Taste, ganz einfach, die du überall hast und verwenden kannst. Zum Beispiel auf Instagram vor allem angefangen hat es auf Twitter damals, als die meisten Leute angefangen haben, einen gewissen Text kurz zu schreiben und danach einfach ihre weiteren Gedanken in einem Hashtag aufgeführt haben, das heißt Hashtag Diät, Hashtag Fitness, Hashtag Business, irgendetwas. So, das Ganze ist dann übergegangen natürlich auch zu Instagram, wo die meisten Leute angefangen haben, das zu nutzen und vor allem Instagram verstanden hat, hey warte mal, wir können unseren Usern, also den Leuten, die Instagram nutzen, ein viel besseres Nutzererlebnis bieten, indem wir ihnen die Möglichkeit bieten, durch Hashtags neue Menschen kennenzulernen und ebenfalls darüber mehr Follower zu generieren, sich auszutauschen und so weiter. Das heißt, du hast die Möglichkeit mit Hashtags dafür zu sorgen, dass mehr Menschen auf dein Profil aufmerksam werden, aber nicht nur in deinen Beiträgen, sondern du hast auch die Möglichkeit, das Ganze in deinen Instagram-Stories zu machen. Wir packen das jetzt kurz in zwei Teile. Der erste Teil ist einmal deine Instagram-Story, ja, der zweite Teil wird nachher sein dein Feed. In der Instagram-Story ist es relativ einfach. Du hast die Möglichkeit, in deiner Instagram-Story ein Hashtag reinzumachen. Wenn du den Hashtag reinmachst, das heißt Hashtag beispielsweise Fitness, Hashtag beispielsweise Business, Hashtag MadeMyDay oder sonst was, können Menschen, wenn sie beispielsweise oben in der Suchleiste auf Instagram den Hashtag MadeMyDay eingeben, gibt es eine Story. Und in dieser Story werden alle Menschen aufgelistet, die in ihrer Instagram-Story den Hashtag MadeMyDay beispielsweise drin haben. So, das heißt, du kriegst automatisch zusätzliche Story-Viewer dadurch, dass du ein Hashtag verwendest. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, einen populären Hashtag zu wählen oder einen unpopulären Hashtag zu wählen. Meine Empfehlung ist ganz klar, hier nach nischigen, aber trotzdem massigen Hashtags zu suchen. Was ist eine Nischen-Hashtag? Nischen-Hashtag ist beispielsweise das Thema, nehmen wir mal an, beispielsweise, wir haben den Massen-Hashtag Health, Gesundheit. Die meisten Hashtags werden auf Englisch verwendet, die wenigsten auf Deutsch tatsächlich. Das heißt, den Hashtag Health, also Gesundheit. Da drunter ist die nächste Nische, deswegen Hashtag Fitness und da drunter ist die nächste Nische Hashtag Diet, also für Diät beispielsweise. Das heißt, das wären so verschiedene Nischen-Hashtags. Das heißt, der Vorteil und der Nachteil sieht im Prinzip relativ einfach aus. Umso nischiger dein Hashtag ist, also das heißt, umso konkreter, umso genauer dein Hashtag ist, umso weniger Menschen verwenden diesen. Der Nachteil dahinter ist, weniger Menschen werden dich voraussichtlich sehen. Der Vorteil daraus ist, dass du viel eher in der Story angezeigt wirst von diesem Hashtag und dass du viel eher auch in den Video, also beziehungsweise in den Beiträgen darunter, die aufgelistet werden von Menschen, die diesen Hashtag verwenden, angezeigt wirst, als bei einem Massen-Hashtag. Weil wenn du ein Massen-Hashtag benutzt, wie beispielsweise Health, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass viel, viel mehr Menschen, also viel mehr Traffic auf deine Seite kommt, beziehungsweise auf deine Story, ist zwar wahrscheinlicher, dennoch aber gibt es im Prinzip fast schon im Minutentakt Menschen, die diese Massen-Hashtags wie Health, Love, Beauty, Fitness benutzen und du dadurch einfach sehr, sehr viel Engagement, also sehr, sehr viel Interaktion auf deinen Beitrag brauchst, damit der gegen die anderen Beiträge, die ebenfalls viel Interaktion schon ohnehin organisch kriegen, mithält und in diesem Feed drin bleibt und auch in der Story angezeigt wird. Weil wenn du einen kleinen Account hast und du hast nicht viel Engagement, wird dein Account als weniger relevant eingestuft, als Accounts, die viel Engagement drauf kriegen. Das heißt, man sieht vielleicht für eine Sekunde oder vielleicht für eine Minute deinen Beitrag ganz oben in diesem Hashtag-Feed drinne, aber der rutscht danach direkt massiv weiter nach unten, weil viel mehr Leute da die ganze Zeit reinkommen und das Gleiche passiert ebenfalls in der Story. Das heißt, anfangs würde ich dir empfehlen, wenn du einen kleinen Account hast, mit nischigeren Hashtags zu arbeiten und immer wieder mal auch einen großen Hashtag, beziehungsweise einen Massen-Hashtag mit dazu zu nehmen in deine Instagram-Story. Du kannst in deine Instagram-Story, ich glaube, bis zu 30 Hashtags reinpacken. Mein Tipp ist, die immer manuell einzutragen. Ich weiß, dass das viel Arbeit und du fragst dich wahrscheinlich, warum solltest du überhaupt 30 Hashtags in deine Instagram-Story reinpacken. Der Punkt sieht aber wie folgt aus, umso mehr Hashtags du in deiner Instagram-Story drinne hast und umso mehr Kanälen können Menschen auf dich aufmerksam werden, beziehungsweise in deine Story kommen. Jetzt sagst du ja gut, Nick, wenn ich 30 Hashtags da drinne habe, sieht mich doch keiner mehr. Ja, ich weiß, was du meinst, aber wenn du die Hashtags immer klein machst, das heißt, du machst den Hashtag Love und du machst ihn so klein, dass man ihn nicht mehr sieht und dann versteckst, dann sieht man den nicht mehr, aber trotzdem wirst du in der Story beispielsweise für Love oder für München angezeigt. Das heißt, mach das so, 30 Hashtags, mach auch gern weniger, 10, 20, mach die rein, mach sie ganz klein jedes Mal, dauert vielleicht eine Minute dann pro Story, bis du das machst. Und dann wirst du sehen, dass du meistens, also bei mir war das der Fall, dass ich dreimal mehr Story-Zuschauer hatte. Meine besten Story-Hashtags waren beispielsweise einfach von Städten, das heißt, ich habe München, Berlin, Stuttgart, Frankfurt und so weiter. Von irgendwelchen Städten habe ich einfach die Hashtags genommen, weil dann Menschen, die in dieser Stadt waren oder die sich für diese Stadt interessieren, plötzlich auf mich aufmerksam geworden sind, was einfach extrem genial war. Ja, kommen wir zum Beitrag. Bei Beiträgen empfehle ich dir genau das Gleiche. Nimm so 50-50 aus nischigen Hashtags und aus großen Hashtags. Ich würde dir nicht empfehlen, die Hashtags in deinen Beitrag zu packen, sondern sie in deine Kommentare zu posten. Das heißt, nimm die Hashtags und poste sie in die Kommentare, weil sie dann nicht so auffällig, also man sieht es nicht so auffällig erstens. Zweitens ist der, der zweite Vorteil ist, du hast dann schon einen Kommentar drinne. Und drittens ist halt, dein Beitrag wird halt, also das, was du geschrieben hast als Text, wird viel eher wahrgenommen und wird dann nicht mehr so gestört durch die ganzen Hashtags, die dort beispielsweise sind. Durch Hashtags habe ich festgestellt, dass echt viel mehr Menschen auf meinem Profil und auf das Profil von meinen Kunden und Partnern und den Leuten, denen ich den Tipp gegeben habe, aufmerksam werden. Wir leben gerade in einer Zeit, wo viele Menschen Hashtags benutzen. Das heißt, es ist immer schwieriger, tatsächlich viele zusätzliche Zuschauer, Follower zu kriegen durch Hashtags als in der Story. Das heißt, ich empfehle es dir wirklich, in jeder Story, die du machst, Hashtags zu verwenden, weil du dort viel einfacher in den Story-Feed kommst und würdest trotzdem weiterhin auch in den Beiträgen machen, aber immer nur in den Kommentaren. Und du wirst feststellen, es gibt keine Musterlösung, es gibt keine Wunderlösung, die dafür sorgt, dass wenn du genau diesen Hashtag reinnimmst oder genau das und das machst, dass dein Account dann total nach oben geht, weil auf einmal eine Million Menschen auf deinen Account aufmerksam werden. Das ist nicht der Fall. Das, was aber passieren wird, ist, dass wenn du es konstant immer wieder machst in deiner Story und bei dir in deinem Profil, dass du dann immer wieder feststellen wirst, dass vereinzelt Beiträge, die entweder besser ankamen oder schlechter ankamen, dass da, das kannst du in den Statistiken sehen, wenn du ein Business-Profil hast, ich weiß nicht, ob es in einem privaten Profil geht, aber in einem Business-Profil auf jeden Fall, kannst du dann in den Statistiken sehen, wie viele Menschen über Hashtags auf dein Profil aufmerksam geworden sind und wie viele darüber dir gefolgt sind. Und das Coole daran ist, dass du dann dementsprechend die Möglichkeit hast, ganz einfach, wenn du das konstant machst, immer wieder einen neuen Strom von neuen Followern und Zuschauern dazu zu geben. Cool. In dem Sinne, ich hoffe, es hat dir geholfen und du kannst die Tipps umsetzen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, schreib mir einen Kommentar dazu, was deine Erfahrungen mit dem Thema Hashtags sind auf Instagram. Und teile das Video mit jemandem, der das unbedingt wissen muss. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Nick. Bis dann. Ciao.